Das wird dann auch in den Texten erwähnt und mein Guru sagt das auch, dass dieses Mantra, das kann man immer wieder rezitieren, das ist sehr günstig. Und auch in Tibetern haben wir das, das Sie alle gesehen haben, das Astrologische Chart, das ist Sipaho. Normalerweise in Tibet oder in Himalaya, wenn sie ein Freund bekommen, vor dem Freund, mit dem Fahrrad, vor dem Fahrrad, sie halten das, dann gehen sie, und wenn es etwas falsch ist, dann wird es klar. Ich weiß nicht genau, was das ist. Es hat viele Mantra und auch diese Mantra ist geschrieben. Alle drei Deine sind hier geschrieben. Also Kalachakra, Mantra. Diese Kalachakra, Amahangya Malawaraya, die auch in ein Haus, das auch purifiert, wie Rang Feng Shui oder so. Also das ist etwas, was gegeben wird, auch bei Hochzeiten und was gezeigt wird, was die ganze Astrologie zusammenfasst. Also da ist dieses Mantra auch drauf und das Kalachakra Mantra ist auch drauf und die verschiedenen Gottheiten. Das wird auch getragen, wenn der Körper nach dem Tod weggebracht wird, dann wird das auch vorne getragen, vorher getragen. Also da ist der andere Deity, welches Deity ist das Hauptdeity und der Vogel? Ist das die Turtle oder der… Das Hauptdeit ist die Manjushri. Manjushri, Vajrapani, Cheresik. Und in der Mitte? In der Mitte ist dieses Animal Sign und wir haben dieses Turtle. Und dann sind auch fünf Elementen und dann alle Mantras und Dinge. Das ist klar auf dem Thema, wenn es nicht eine gute Zeit ist. Das ist die Astrologie da, auch. Also in der Mitte ist da diese Schildkröte und da sind Manjushri, Chenresi und Vajrapani sind da drauf. Ja? Ja? Ja, bitte. Okay. Om Akani, Nikani, Abila, Mandale, Soha. Oh, this is quite easy. No? I can't even have to mention. Ok. Yes. But just at the beginning said that you should not be taking too seriously about astrology, no? No. No. Es hat einen Effekt, aber es bedeutet nicht 100%. Das macht man manchmal über alle Dinge beschäftigt. Es ist etwas, was ich versuche, zu erklären, was für die heutige Leben wichtig ist, es ist einfach wichtig zu sehen, was nützlich sein kann im Alltag. Yes? Laman, du sagst, der turtle ist die Erde, aber in dieser Bildung ist es nicht so, wie ein Mensch, ein Mensch. Nicht ein Mensch, es ist auch ein turtle. Aber normalerweise, die Erde, wie Sie sehen, aber hier auch die turtle. Manchmal sprechen sie auch über turtle, viele turtle, wie fünf Elemente, oder fünf verschiedene turtle. Ich denke, das ist der Grund, und sie haben es mehr. Also da wird jetzt gefragt von dem Bild selber, weil er ja gesagt hat, wo die Erde steht, dass da die Erde gegriffen wird. Aber hier auf diesem Bild werden dann auch Schildkröten gegriffen. Und es gibt wohl fünf Schildkröten, die manchmal erwähnt werden auf diesen Bildern. Yes, sometimes they talk also that turtle, I don't exactly remember, there is all five element that other history also, I think. Manchmal werden alle fünf Elemente mit der Schildkröte auch zusammengebracht. Und hier im zweiten Kreis von innen, das entspricht auch dem chinesischen, System. Da haben wir heute jetzt keine Aussage zu gemacht. And also there is, if you want to know more detail, you can find in the text, that if you are born in this animal, this Mewa and this element sign, then there is more explanation, no? Like horoscope, what can happen and things like that more. Also if you want to see there is... And then there are also possibilities, that you can see there, 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 you can see there. Kind of time, we try to stop here, slowly. I think, that we run away. And... also here, one thing is, if you, astrological system, that if you recite, some sutra, tantra, you know, in like Manjushiri, tantra, that kind of, if you recite, it also clarifies all, you know, that is, that is a method. And then, in the astrological system, it also says, that some sutras, or tantras, when you recite, that they all explain, and solve, that is, that Manjushiri tantra, that is Manjushiri, no? It is Jambal Senzu, no? It is a little bit longer, text, yeah, Namah Sangiti, that, or many texts, different texts also there. all, there is all method to do clarifying. And also, best thing is, if you clarify your mind, then all clarify. And, that reason, we maybe do a few minutes meditation, and then we end our practice. Aus dem Grunde, we are going to meditate for a few minutes, and then we end our practice. And, I'm thinking, many here, are very old Buddhists, they know how to meditate, maybe some, they don't know, I try to, explain a few things now. And, to be, meditation, you, not to, change your thought, or feeling, or mind, whatever, present moment, you try to be, look or feel, on that, straight way, and try to be, make your mind more, loose, you know, looking at your own feeling, or own attitude, just to meditate on that, that is, I think, very important. And if you do this for a long time, then it will be, clarify your mind, and become clear. I think. And if you do this for a long time, then the mind will be cleared out of yourself and clean. and clean. Go ahead. ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Yeah, I'm for my first time in Bodhicharya and it is very peaceful and very nice. Don't feel like I don't feel like I don't feel like I feel like I don't feel like I don't feel like I don't feel like I'm in a city, I feel like in one very quiet, isolated, retreat place, no? It's very nice here. Thank you very much for it. It's very nice to be with you, but I feel like I feel like I'm in a place. I feel like I'm in a place, but I feel like I'm in a place. I feel like I'm in a place, but I feel like I'm in a place, I feel like I'm in a place. Yeah, this basic knowledge, but I feel like I'm in a place, but I feel like I'm in a place, but I feel like I'm in a place. Besides these teachings, Lama also gave us many private talks. In the past three days, I think maybe Lama had 22 private cases. In the past three days, I think maybe Lama had 22 private cases. And heute Nachmittag und morgen, bevor er dann nachmittags geht, sind nochmal 13 Treffen geplant. Also, insgesamt waren das dann 35 Treffen. Es ist ganz erstaunlich, dass Lama uns auf diese Art und Weise helfen kann, sowohl mit gesundheitlichen wie auch geistigen Problemen. Das sieht sehr einfach aus, ist aber sehr effektiv. Es ist schade, dass nicht alle, die ihn treffen wollten, die Gelegenheit haben, aber so viel war nicht möglich. Wir wünschen, Lama, dass du häufiger kommen würdest hier zum Bodhichaya. Ich werde kommen, wenn auch wenn du nicht erinnertest. Es ist sehr gut. Es wird sehr hilfreich, wenn du so nach dem Sprint kommst. Okay, thank you very much. And stay here. I also enjoy very much here. Thank you. And stay here. Er freut sich sehr. Er freut sich sehr.